Die Erste muss so weit vorne sein, dass da die Zweite ausfahren kann. Den Handballen. Und auch immer fangen. Schauen, zielen. Dann egal, dann geht er raus. Das eine heißt ja, ich kann es. Das andere heißt, ich tue es nicht. Ein Unterschied ist für einen Maigiri, bitte immer die Fläche und die hintere Hand, die hält dagegen. Die richtige Position ist schon wie Senkutsu, Unterarme und Gegenhalte. Gehen, was er möchte, egal, was passt.